hallo meine freunde ich bin es sehr herzlich willkommen zu einem weiteren video meinerseits heute geht es darum wie wir in wo telk gold machen können das erste format in anführungszeichen was ihr schon oder die erste dungeon die ihr schon ab level 40 tatsächlich schon machen könnt zumindest habe ich dies in wo w classic hardcore mit level 40 schon gemacht und ich gehe mal ganz stark davon aus dass wir das hier in wo telk genauso gut von deinen kriegen werden mit level 40 und das da habe ich mir ein schönes enter runtergeladen das ist einmal notepad das ist nämlich einmal verließ hier habe ich mir einmal alles aufgeschrieben was wir insgesamt bekommen haben wie lange daran gedauert hat und ab wann es möglich ist klar ich könnte euch das jetzt natürlich einfach vorweg lesen oder ihr pausiert einfach und behaltet das aber das ist so gesehen einmal eine sache das war jetzt nur aus einem run ich habe jetzt nicht irgendwie 10 20 30 40 oder 100 runs gemacht sondern einfach nur aus denen einen run wo so gesehen die notizen da jetzt stehen potenziell hat aber auch verließ dass eine 20 bis 30er dann schon ist auch ein sehr hohes potenzial guter items für level 29er twinks zu droppen sei es beispielsweise der ag ist amina ring den für noch mal 4 gold oder so im aktionshaus verkaufen können oder andere schöne sachen bedingt sei hier gesagt in der dungeon stehen fast immer zwei kisten deswegen solltet ihr bevorzugt um zu wissen wo die kisten sind ein zwerg spielen aber was wichtiger ist ihr solltet entweder ein schmied sein weil es auch sehr oft passieren kann dass das in der dann schon kisten sind die man so nicht öffnen kann geschweige von dass da ein schurke seid ihr könnt da drin dann dementsprechend ich glaube das eisen ist da drin also verschlossener eisentruhen sind da drin dementsprechend wenn ihr mal gucken wollt dies bohr nach der zeit auch also ihr könnt dann halt auch einfach nach einer stunde oder eineinhalb einfach wieder reingehen durchs delfen und schloss knacken wenn ihr es euch etwas vereinfachen wollte im großen und ganzen könnt ihr da bis zu geschätzt würde ich jetzt mal sagen wenn man das mal ja außen vor lässt diese notizen bestimmt mit ein bisschen lud glück alle gold geiz bedingen darauf dass man lud glück hat das muss ich von vornherein sagen kann es exponentiell nach oben schießen das gold was ihr macht was ihr aber halt definitiv habt und das war jetzt ein sehr 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 schlechter run von mir wo ich vier greens raus gezogen habe ist hier ist dass sie definitiv nach den fünf minuten einmal knapp 1 gold 70 direkt cash in der tisch habt plus noch mal knapp 1 gold 20 durch den ganzen grauen schrott plus noch mal die stoffe die nummer 30 gold bringen und noch mal 4 gold durchs disenchant das sind eure sachen die ihr definitiv nach diesen fünf minuten habt das heißt also ungefähr 40 gold innerhalb von fünf minuten und das darauf könnt ihr euch eigentlich definitiv verlassen was ihr dann habt seid ihr beispielsweise droide schurke oder ähnliches die noch mehr mobility haben könnt ihr da noch schneller durch sein was euch aber nichts bringt weil ihr nur fünf id pro stunde habt dementsprechend ich bedanke mich auf jeden fall recht herzlich dafür dass ihr auch wieder hier reingeschaut habt ich wünsche euch nur das beste lasst doch gerne kommentar da ob es euch interessiert hat dementsprechend danke macht das gut bis zum nächsten mal und tschö mit öhe